Vom alten Almhaus bis zum Gertetürdel. Bei der Wegekreuzung leicht rechts weiter. Beim Gertetürdel können wir rechts oder links des Zaunes weitergehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Blick zurück Abzweigung zur alternativen Route zum Salzstiegelhaus Weg zum kleinen Zartel Für bei einem kleinen Zartel Felsen markieren den Gipfel des kleinen Sattels Vom Steintisch zum Gipfel Felsen 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 Felsen